Neil Robertson zu snookern. Das war ein Flug. Sofort kommt die entschuldigende Geste. Das war nicht geplant, dass er die locht. Es sollte nur in Anführungszeichen eine Safety geben. Aber jetzt natürlich eine goldene Gelegenheit zu einem knackigen Snooker hinter Blau. Oh, ein Snooker. Ja, der kann Freundschaften kosten. Also schön zu sehen, dass er es zumindest noch mit einem Lachen nehmen kann. Oh, jetzt wird es ganz wild. Jetzt wird es mit dem Kopfstoß aber richtig wild. Und er trifft die Rote. Trotzdem aber faul, weil Weiß fällt. Aber meine Güte, die vier Strafpunkte, die sind wirklich nicht entscheidend. Wichtiger ist, dass er hier endlich aus dieser Foul und Miss-Arie rauskommt. Ja, der hatte schon Trickstoßcharakter.